Da oben ab. Also hier hinten. So. Och ne jetzt. Ne, ne, ne. Das kann nicht sein. Ich geh anderen Weg. Diesmal. Darüber. So. Verdammt. Komm schon, ein bisschen noch. Ja, ja. Du bist ganz schön wendig für den Panzer. So, hier stelle ich dich jetzt ab. Sind hier wahrscheinlich auch wieder welche. Da oben steht einer. Da ist ein Panzer. Da sind zwei Panzer. Der, der da steht, können wir auch treffen. Präzisionsfernrohr. Mach ich gleich wieder weg. Ja. Müllsäcke. Müllsäcke. Ich geb dir auch ein schnelles Ende. Hier ist ein Fass. Und hier bin ich. Das ist zusammengefasst. Enorme Power. Aber das Fass hat nicht getroffen. Ja, keine Gnade. Wo ist meine? Keine Gnade. Da. Ach ne, sie sehen mich. Ja. Granatwerfer nehmen. Vielleicht kann ich dich ja weghauen. Ja, da bist du. Noch ein Schuss. So, einer weniger. Ne. Ich muss dich treffen, wenn du hier bist. Und auch wieder wegrennen, weil wenn meine Munition wäre, ist, habe ich da wenig Erfolgschancen. Ja, ne jetzt. Ja, 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 ja. Tarnfeld ist auch was sehr, sehr nützliches hier. Scheiß Panzer. Ah, ist einer im Häuschen. Wenn ich komme, sei der aus dem Häuschen. Du legst mich auf. Habe ich dir schon gesagt? Ja. Äh, ach so, das sind keine Panzer, oder was? Sicher. Ja. Oh, nö, jetzt. Kann nicht wahr sein, oder? So, ich stelle mein Panzer jetzt hier ab. Und wie es das nächste Mal weitergeht, eigentlich wollte ich das weiter vorne sagen, vor dem Tower. Das seht ihr nächstes Mal, wie es nächstes Mal vor dem Tower weitergeht. Also, ciao.